Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Dream Screencast, in der es wieder mal um Dreambox Edit gehen soll. Die neue Version 6.0 steht kurz vor dem Release und ich hatte hier die Gelegenheit, die aktuelle Beta-Version mir anzuschauen. Vielen Dank an den Entwickler, dass ich das hier machen durfte. Bei der Gelegenheit hat sich das ergeben, dass ich natürlich gesagt habe, die Videos sind schon uralt, die ich da mal gemacht habe zu Dreambox Edit. Lass uns doch einfach komplett alles nochmal zeigen und die neuen Features vielleicht womöglich einzubauen. Das Ganze basiert jetzt auf einer einzigen Folge, die allerdings unterteilt ist. Es ist verschiedene Sparten und ihr könnt dann mit dem Timecode, den ich unten in der Videobeschreibung natürlich anhängen werde, auf jeden Fall direkt zu den Sachen springen, was von Interesse für euch ist. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Ein paar einleitende Worte zur Installation solltet ihr auf dem PC, wo ihr jetzt Dreambox Edit 6 installieren wollt, schon eine Vorgängerversion installiert haben. So, die installiert diese bitte und im Optimalfall säubert ihr auch die Registrierungsdatei von Windows von entsprechenden Einträgen. Das hat bei mir dann ein paar Probleme verschwinden lassen, die ich vorher hatte. Das Installationsfall selber ist bei mir jetzt hier das Installationsfall mit dem Wizard, also die komplette Setup-Exit, die ich jetzt mal ausführe. Dann das Ganze hier wieder minimiere. Die Installation mache ich in Deutsch natürlich. Und gehe dann hier einfach durch, Komponenten auswählen. Das ist auch der Pfad, den ich favorisiere. Und dann ein Startmenü-Eintrag natürlich erstellen. Dann ist die Installation schon fertig. Wir können das hier direkt ausführen. Und dann startet Dreambox Edit das erste Mal. Wir kriegen natürlich dann wieder den Hinweis, ob beim Start von jeder Benutzung von Dreambox Edit hier nach einer neuen Version geschaut werden soll. Und dann kommt die Release Notes von der letzten Version 6.0. Wo wir auch sagen können, soll die immer angezeigt werden oder wollt ihr das nicht haben. Der nächste Splash Screen ist dann schon der neue Hinweis hier darauf. Doch bitte schön den Entwickler in irgendeiner Art und Weise, vor allen Dingen hier mit kleiner Spende bei PayPal, zu unterstützen. Hier läuft ein kleiner Timer ab. Wodurch es dann möglich wird, wenn der abgelaufen ist, diese Message auch zu verstecken. Ansonsten würde die halt nach dem Klicken von OK jedes Mal wiederkommen. Das warte ich jetzt halt noch ab. Drücke dann OK. Und dann haben wir hier schon das Fenster, was ich jetzt mal in Vollbild schalte. Und das erste, was wir dann natürlich tun, bevor wir hier an die Einrichtung der Software gehen, ist mal die Landessprache einstellen. So wie wir es gerne möchten. Mein Englisch ist leider nicht so gut, deswegen wähle ich natürlich hier auch Deutsch aus. Ja, um überhaupt mit unseren Dreamboxen oder Dreambox Verbindung aufnehmen zu können übers Netzwerk, müssen wir die Software hier noch entsprechend anpassen. Dazu gibt es hier ein Optionsmenü, was wir jetzt mal aufrufen. Und haben dann hier die Dreambox Edit Optionen, die in verschiedene Registerkarten eingeteilt sind. Das Wichtigste ist gleich vorn natürlich angesiedelt. Wir können das gewählte Profil hier überschreiben. Das heißt also, wenn ich verschiedene Profile anlegen will, weil ich verschiedene Dreamboxen habe oder vielleicht sogar in fremden Netzwerken auf die Dreamboxen zugreifen muss, weil ich dort die Kanallisten aktualisieren soll oder sonst irgendwas tun, dann ist es empfehlenswert, diese Profile abzuspeichern. Dazu ändere ich diesen Eintrag mal auf Dreambox 800 HD. Bei mir ist es jetzt eine SE Version 2, aber das tut der Sache natürlich keinen Abbruch. Wir speichern das ganze Profil und können dann hier die Einstellungen vornehmen. Also als erstes natürlich das Wichtigste, was ihr wissen müsst, ist die IP-Adresse. Die IP-Adresse von der Dreambox. Wenn ihr die Dreambox in Standard-Einstellungen gelassen habt, das ist die DHCP-Einstellung bei der Installation des entsprechenden Image. Oder wenn ihr die Dreambox das erste Mal startet von Werk aus, ist es auch so, dann kriegt die Dreambox, wenn ihr im Netzwerk angeschlossen ist, von eurem Router, der dann hoffentlich DHCP auch unterstützt, eine eigene IP-Adresse zugewiesen. Diese IP-Adresse könnt ihr einmal in der Dreambox selber an den Netzwerkeinstellungen auslesen. Klickt einfach auf den Adapter, wenn es ein normaler Ethernet-Adapter ist, dann auf diesen oder wenn ein WLAN-Adapter ist, dann halt auf den entsprechenden Eintrag. Dann seht ihr die IP-Adresse, die die Dreambox zugewiesen bekommen hat. In meinem Fall ist das hier eine feste IP, die ich natürlich vorher Dreambox hinterlegt habe, 7882. Die Dreambox kann seit der Version 6.0 auch mit IP-Version 6 umgehen. Bei mir ist das jetzt eine IP-Version 4-Adresse, das seht ihr ja schon. Mein ganzes Netzwerk basiert noch auf IP-Version 4, deswegen werde ich das hier auch alles so belassen. Wenn die Dreambox schon ein Passwort bekommen hat zu dem Benutzername root, der der Standardbenutzername ist von Enigma 2, dann solltet ihr hier dieses Passwort natürlich eintragen. Das Passwort wird im Normalfall auf jeden Fall, wenn die Software nicht entsprechend geändert wurde, versteckt auch angezeigt. Das kann man dann in den erweiterten Einstellungen noch ändern. Ja, dann haben wir hier entsprechende Einträge. Der HTTP-Port und der FTP-Port, der ist auf 80 und 21. Das sind doch die Standardwerte. Wofür brauchen wir das Ganze? Also man muss ja verstehen, dass in der Enigma 2 Dreamboxen ein Webinterface läuft, was auf den Port 80 hört. Das ist der ganz normale Standardport, auch wenn ihr zum Beispiel ins Web geht. Dieser Port sollte auf jeden Fall nicht verändert worden sein. Das heißt, ihr geht einfach mal unter Erweiterungen und ruft dort den Punkt Webinterface auf. Und dort könnt ihr nämlich einstellen, ob dieser Port halt auf 80 bleiben soll oder ob ihr vielleicht sogar hier eine verschüsselte Verbindung aufbauen wollt. Dann müsstet ihr auf jeden Fall da einen entsprechenden Haken setzen. Das ist eigentlich selbsterklärend, deswegen zeige ich das hier nicht. Und dann ist diese Funktion erst freigeschaltet. Das weitere müsst ihr die Authentifizierung natürlich einschalten. Wenn ihr ein Passwort vergeben habt für die Dreambox, muss in diesem Menü dort in der Dreambox selber in den Einstellungen Webinterface auch der Haken gesetzt sein bei Authentifizierung zulassen. Das ist natürlich bei SSL Grundvoraussetzung. Ohne Authentifizierung kriegt ihr auch keine SSL-Verbindung. Ist also empfehlenswert, wenn ihr im eigenen Laden seid, dann nicht unbedingt. Aber wenn ihr von außen über das Internet vielleicht über einen Dyn-DNS hier zugreifen wollt, dann ist es empfehlenswert, auf jeden Fall die SSL einzuschalten. Der FTP-Port, wozu ist der da? Nun gut, es gibt die Möglichkeit natürlich hier auch Dateien auszutauschen. Das geht normalerweise über das Webinterface nicht. Deswegen läuft ein kleiner VS-FTP-D daemon im Hintergrund, der so ganz rudimentäre FTP-Fähigkeiten mitbringt. Und der Port wird halt hier abgefragt. Das ist der Standard-Port des 21. Der ändert sich normalerweise auch nicht, wenn ich hier eine SSL-Verbindung erzwinge. Der FTP-Type sollte auf jeden Fall auf Passiv bleiben. Wer da genaue Informationen haben will, sollte vielleicht im Netz mal danach suchen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der eigentlich sehr wichtig ist. Denn die Dateipfade sind Grundvoraussetzungen natürlich, damit hier auch die Dateien abgelegt bzw. überhaupt abgerufen werden können in der Dreambox. Weil die entsprechenden Files, Service, Bouquet und LameDB liegen natürlich in einem bestimmten Ordner. Und der muss hier angegeben sein. Dieser Ordner ist Standard seit OE 1.6, soweit ich mich irre. OE 2.0 sowieso. Und also ändert diesen nicht. Wenn ihr ältere Boxen habt, gibt es hier entsprechende Auswahlmöglichkeiten. Da könnt ihr die Dateipfade zurücksetzen für ältere Receiver. Die User-Bokeh-Dateien liegen normalerweise in dem gleichen Ordner oben wie die oberen Dateien. Deswegen könnt ihr den hier so belassen, außer ihr habt den manuell geändert. Und die Satellites.xml, das ist also die Datei, wo im Prinzip alle Daten drinstehen, Transponder-Daten, die bei der Suche abgerufen werden. Die liegt normalerweise in etc. Tuxbox. Da gibt es ja von mir schon ein eigenes Video, wo ich mal darauf hinweise, hier in dem Zusammenhang, wenn ich eine Kanalsuche mache, wie ich die vielleicht besser und wie ich die vor allen Dingen schneller gestalte. Die Pfade hier unten sind jetzt relativ neu, jedenfalls dieser Pfad. Es kamen ja des öfteren User-Anfragen, ob man nicht irgendwie einen lokalen Pfad hinterlegen kann für die Software, damit man einfach nicht immer den Pfad selber aussuchen muss oder angeben muss beim Ablegen von Dateien oder beim Abrufen von Dateien. Der liegt hierbei beim Nutzer, eure eigenen Dokumente, Settings, da habe ich diesen Ordner. Den könnt ihr natürlich jeden beliebigen Ordner hinterlegen, temporären Ordner. Oder wenn ihr die Dateien aufheben wollt, hier von der Dreambox runterladet, dann natürlich einen Ordner, den ihr auch wiederfindet. Die anderen Pfade werden wir dann sicherlich noch im Zusammenhang mit den erweiterten Möglichkeiten dieses Optionsmenü uns anzeigen lassen bzw. bearbeiten. Nach den grundlegenden Einstellungen in den Dreambox-Optionen können wir jetzt mal unsere Einstellungen überprüfen. Dazu hat die Software hier entsprechende Funktionen implementiert. Das heißt, wir können einfach mal die IP-Verbindung zur Dreambox testen. Das war jetzt hier erfolgreich. Da wird also einfach versucht, mit der IP-Adresse auf dem POD 80, also auf das Webinterface zuzugreifen. Das war erfolgreich. Und wir können natürlich auch unser Benutzername und Kennwort in Zusammenhang mit dem FTP-Zugang prüfen. Das war hier auch erfolgreich. Und dann steht eigentlich der Benutzung dieser Einstellung hier nichts mehr im Wege. Ich speichere das Ganze ab. Gehe dann mal hier auf die Option FTP. Und kann jetzt entsprechend mit den schon vorkonfigurierten Sachen, die ich ja gerade eingestellt habe, einfach mal die Dateien von der Dreambox lesen. Ich kann einfach das hier blind machen oder ich kann hier auch die Option anfügen, zu empfangen Dateien wählen. Dann kriege ich halt vorher neben dem schon bekannten Überschreiben-Fenster-Hinweis auch hier nochmal ausgewählt, wenn ich nur bestimmte Dateien aktualisieren will, beziehungsweise runterladen will. Das schalte ich jetzt mal aus. Dann kommt wieder die Meldung, dass die Dateien überschrieben werden. Das ist alles wunderbar. Ich habe hier einen kleinen Fehler in der TV-User-Pokeh, aber das stört mich jetzt nicht weiter, die ich mir später dann ja noch anschauen kann. Ich habe jetzt die entsprechenden Einstellungen hier schon ein bisschen vorgenommen. Das heißt, ich habe hier oben die Spalten alle schon mal ein bisschen verteilt, sodass es ein bisschen übersichtlicher wird. Und zur Benutzung nochmal ein paar Worte. Also wir sehen halt in dem großen linken Fenster hier alle Kanäle, die die LameDB beinhaltet. Das heißt also, das sind alles Kanäle, die mal bei dem Suchlauf gefunden wurden. In dem mittleren Fenster sehe ich dann im Prinzip die Kanäle, die ich rechts in meiner Bokehübersicht ausgewählt habe. Ich habe hier eh nur zwei Bokehs. Bei den TV-User-Bokehs ist es der schon bekannte Pfefferwights-Bokeh-Ordner. Und dann habe ich noch einen zweiten hinzugefügt, sonstige. Da sind dann noch ein paar andere Kanäle drin. Jetzt wollen wir doch erstmal mal schauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schnell mal feststellen will, wie ich denn herausfinde, welche Kanäle zum Beispiel zum bestimmten Bokeh beziehungsweise zum Bokeh, zum Beispiel Sky Deutschland, mir noch in meinen Favorites hier fehlen, mein User-Bokeh, dann kann ich das relativ einfach vonstatten machen, indem ich hier oben diese entsprechenden Vorauswahl treffe. Also ich kann hier einmal nach Kanäle suchen, dann kriege ich einen Hinweis, wie die Filterausdrücke hier zu sein haben. Also ich kann hier mit bestimmten Platzhaltern arbeiten und dann werden bestimmte Sachen ausgeführt. Dieses Fenster kann ich dann auch, wenn der Timer abgelaufen ist, für immer ins Nirvana verschwinden lassen. Bin ich mir aber nicht sicher mit dem, was ich tue. Sollte ich das vielleicht nicht tun und jedes Mal halt einfach nochmal darauf warten, dass der Timer abläuft, damit ich nochmal Hinweise bekomme, wie ich das Ganze zu benutzen habe. Hier kann ich nach Kanälen suchen, beziehungsweise nicht suchen, sondern diese halt einschränken in der Anzeige unten. Das gleiche gilt für die Provider. Da kriege ich den gleichen Hinweis. Und da gebe ich jetzt einfach mal ein Sky. Und dann werden halt alle Kanäle angezeigt, die aus dem Provider Sky hervorgehen. So, und wenn ich das jetzt mal einschränken will auf die Kanäle, die ich noch nicht in meinen User-Bokehs habe, dann gehe ich hier mit der rechten Maustaste mal einfach in das Fenster und sage, Kanäle, die nicht in Bokehs vorhanden sind, mit dem Flag X markieren. Und dann tut er das auch ganz schnell und hat da 20 Kanäle gefunden. Da sind jetzt noch haufenweise Data-Kanäle dabei. Aber ansonsten noch ein paar neuere Sachen finden. Die können wir ja jetzt einfach mal in unser schon vorhandenes User-Bokeh hinzufügen. Wie mache ich das? Relativ easy, ist klar. Also ich muss halt einfach nur dafür Sorge tragen, dass diese dort hinzufügten Kanäle auf jeden Fall hier mal markiert sind. Das tue ich jetzt einfach mal. Schon bekannterweise halt unter Windows mit der Kontroll-Taste einfach klicken. Und wenn ich mehrere Kanäle hier mal markiere, dann kann ich die einfach per Drag & Drop halt jetzt hier irgendwo hinzufügen. Ich tue das mal jetzt hier unten. Da tue ich die mal rein. Und dann sagt er mir, vier Kanäle wurden in das Bokeh Favoriten-TV hinzugefügt. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, diese ganzen Sachen hier noch extra zu verteilen. Also hier zum Beispiel TNT vielleicht dahin zu schieben, wo es dann hingehört. Ja, das ist mal falsch rum. So. Und so mache ich mir halt meine User-Bokehs zurecht. Wenn ich das Ganze abspeichern will, dann drücke ich einfach mal auf den Speichern-Knopf. Dann wird also genau in das Verzeichnis hineingespeichert, das ich also schon vorher in den Grundeinstellungen angegeben hatte. Neben diesen grundsätzlichen Sachen der Bedienung gibt es natürlich noch viele andere Funktionen, die ich jetzt im Einzelnen hier euch noch zeigen möchte. Gerade bei den Funktionen, die es ermöglichen, hier zu sortieren oder zu selektieren, möchte ich noch ein paar Hinweise geben. Und zwar kann ich natürlich hier auch einzeln die Datenkanäle völlig ausblenden, indem ich einfach mal sage, hier TV und Radio. Und da werden mir sämtliche Datenkanäle natürlich ausgeblendet. Des Weiteren kann ich auch, wenn ich mehrere Satelliten hier zur Auswahl habe, wie man bei mir sieht, 19 Grad und 13 Grad Ost, die einzeln hier selektieren, sodass also andere Satelliten einfach ausgeblendet werden würden. Genauso das DVB-System kann ich natürlich einschränken, wenn ich jetzt eine Mischform von einer Leben-DB habe, wo also DVB-T, DVB-C und DVB-S Kanäle integriert sind, kann ich diese einzeln auch ausblenden. Ansonsten werden mir halt alle DVB-Systeme hier angezeigt. Genauso das gleiche trifft halt auch auf die Services zu, also verschlüsselter Service oder unverschlüsselter Service. Wenn ich nur neue Kanäle angezeigt werden möchte, dann ist das hier auch möglich. Dazu ist allerdings zu sagen, dass natürlich die Funktion, wie ich schon in meiner Folge 45, glaube ich, der Kanalsuche erläutert habe, man auf jeden Fall dann bestimmte Einstellungen vornehmen muss, damit überhaupt die Enigma 2 GUI diese Kanäle auch als neu markiert, denn sonst würden die mir hier auch nicht angezeigt werden. Des Weiteren kann ich noch viele Einstellungen vornehmen in den Optionen. Das hatte ich ja schon angedeutet, es gibt hier verschiedene Registerkarten, die wir jetzt mal einzeln im Schnelldurchgang durchgehen wollen. Die allgemeinen Einstellungen beschränken sich noch auf viele Funktionen, die das Gesamtbild von Dreamboxedit dann noch verändern. Ich kann zum Beispiel automatisch die zuletzt gespeicherten Dateien einfach hier laden lassen, immer die Kanalnamen zum Sortieren der Kanalliste verwenden. Ich kann natürlich hier die Selektion auch oben anders machen, indem ich einfach da oben draufklicke auf die Spalte. Dann kann ich hier TV-Radio-Datenauswahl im Hauptfallfenster speichern. Kennwort im Optionsfeld verbergen, hatte ich ja schon am Anfang gesagt. Das ist ja standardmäßig gesetzt. Wenn ich das hier nicht mache, dann würde man jetzt im Profil mein Kennwort sehen für den Root-User. Und ich kann hier auch einstellen, ob wirklich automatisch nach dem Programmstart nach einer neuen Version gesucht werden soll, wie viele Tage er das machen soll, zum Beispiel alle sieben Tage. Ich kann hier die Zap-Funktion freischalten, das heißt, wenn ich eine bestimmte Taste drücke im Bouquet hier, dann wird entsprechend auf dem Kanal gezappt, wo ich gerade bin. Also wenn ich hier mal das Leerzeichen mache oder ein Doppelklick zum Beispiel und dann hier nach danach, wenn ich das Ganze speichere, hier doppelklicke auf irgendeinen Kanal, dann wird in der Box dahin gezappt. Backup-Dateien nicht speichern, das ist natürlich sehr böse, weil ansonsten habe ich ja die Funktion Backups hier zu sichern, das schauen wir uns später noch an, diese Funktion also eher mit Vorsicht natürlich zu benutzen. Ja, ich kann hier auch den alten Verzeichnisauswahl-Dialog aktivieren, also wie das bei Dreambox Edit 5 wahrscheinlich funktioniert. Ich kann alle Einstellungen natürlich hier auch auf Standard zurücksetzen und ich kann auch die Breite der Hauptfensterspalten auf den Standard zurücksetzen, wenn ich mich also hier oben total vertan habe oder mir irgendwas rausgenommen habe, weil ich die Spalte zugezogen habe, dann würde die halt nicht mehr sichtbar sein. Bei den Nachrichten kann ich einstellen, dass ich also vor dem Löschen Verschließungsabfrage bekomme, vor dem Sortieren von Kanälen innerhalb eines Bouquets nachfragen. Also wir gehen das jetzt einfach mal durch, weil das natürlich auch Funktionen sind, die sind dann in der Sprache anders und wir haben ja das Problem bei der Übersetzung dann, die englischen Subtitles, dass das dann echt zu lang werden würde. Ich denke, die Funktionen erklären sich dann teilweise auch von selbst. Ich kann hier gerade im FTP-Bereich noch ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel die Quick-Button, FTP-Buttons dort oben einschalten, die dann auch sofort eigentlich sichtbar sind, wenn ich hier auf Speichern gehe. Da oben sind sie jetzt da. Und wenn ich dann hier mal weitergehe auf Erweitert, dann kann ich doppelte Einträge erlauben und so weiter und so fort, eine ganze Funktionsvielfalt. Es hat sich in der Vergangenheit immer ganz als sinnvoll erwiesen, in früheren Versionen, wenn ich hier irgendwie Probleme habe, dass mir bestimmte Kanäle nicht angezeigt werden, einfach, also zum Beispiel HD-Kanäle hatte die Software früher Probleme, dann musste ich hier einfach mal beide Service-Typen auf Standard setzen und dann hier bei den TV-Service-Typen einfach mal die Spezialkanäle hinzufügen und mit Speichern war das Ganze dann aktiv. Bei der GUI kann ich viele Sachen einstellen, zum Beispiel die Schriftgröße, wenn mir das Ganze hier doch zu klein ist, hier mal auf 10 gehen vielleicht, dann wird das Ganze hier noch ein bisschen größer. Die Zeilenfarben kann ich ändern, Standardfarben wiederherstellen, kann die Helligkeit ändern und so weiter und so fort. Die Peacons-Funktion wird dann im Prinzip erst sinnvoll werden, hier mal drauf einzugehen, wenn ich dann noch Peacons hier in der Software mal lade. Und hier wird halt einfach aktiviert, wie groß das Peacons sein soll, was dann hier neben meinem Sendernamen links erscheinen wird. Also müsste einfach davon ausgehen, dass es natürlich irgendeine Art und Weise sinnvoll ist, von der entsprechenden Peacons-Größe, so wie sie jetzt in der Box gerade gespeichert ist, dann eine Hälfte oder entsprechend ein Viertel oder wie auch immer ein Teil davon, damit hier keine Resolution-Verzerrungen sind, wenn das Peacons dann daneben angezeigt wird. Optimal wäre natürlich die gleiche Größe zu benutzen, wie sie halt auch in der Box abgelegt ist, wobei das natürlich gerade bei diesen HD-großen Peacons, den X-Peacons, ein bisschen schwierig sein wird, weil die haben ja so eine komische Resolution, 220x132 und die dann zu teilen wird ein bisschen schwierig. Aber um die 160, die Standard-HD von der Dreambox, mal hier die Hälfte zu reduzieren, reicht es auf 50x30 zu gehen. Das lokale Peacons-Verzeichnis ist hier schon mal hinterlegt. Das gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Oder lassen wir uns mal gucken, schauen. Dreambox Edit, den Ordner gibt es nicht. Den müssen wir erst noch anlegen. Dann können wir die Hintergrundfarbe für transparente Peacons festlegen, weil ansonsten haben wir den Effekt, dass wir gerade bei weißer Schrift dann überhaupt nichts sehen. Und wir können die VLC-Unterstützung hier einschalten. Denn dazu müssen wir allerdings den VLC mal suchen. Der sollte ja normalerweise unter Programme und dann hier irgendwo Video laden, VLC, da sollte die entsprechende Excel-Datei drin sein. Bei Singletuner-Receevern kann ich hier noch einschalten, dass vor dem Streamen halt auf den Kanal umgeschaltet wird, den ich hier zum Streamen aktiviert habe. Und dann sind wir bei diesen besonderen Optionen auch schon wieder durch. Ja, nun war es in der Vergangenheit so, dass auch hier die Peacons erwähnt wurden. Das sind die Kanallogos, die im OSD-Skin angezeigt werden oder halt auch womöglich im Display selber von der Box. Die wollen wir jetzt hier verwalten. Dazu sind ein paar Vorbereitungen noch notwendig. Wir gehen wieder mal ins Optionsmenü und müssen natürlich als erstes mal den Pfad für die Peacons auf der Dreambox festlegen. Es ist leider so, dass die Peacons nicht direkt von der Box heruntergeladen werden können, aber wir können die Peacons wieder hochladen. Das heißt, die Idee ist einfach so, dass ich mir aus dem Internet ein Zip-File herunterlade, wo die ganzen Peacons drin sind, das hier lokal entpacke auf dem PC und dann im Prinzip die Veränderung vornehme und wenn ich das Ganze dann fertig habe, das auf die Box hochlade. Es ist so, dass vielleicht bei Boxen, die nicht so einen großen Flash-Speicher haben, es sinnvoll ist, auf jeden Fall hier mit einem Stick zu arbeiten, soweit die Box das überhaupt ermöglicht. Das heißt also, wir gehen von dem Standardpfad, der hier zu sehen ist, wo die Peacons normalerweise liegen, auf einen Pfad, der sich da nennt Media USB. Wenn der Stick so gemounted ist, davon gehe ich jetzt mal aus, dann auf dem Stick einfach einen Peacons Ordner erstellen, dort die ganzen PNGs rein und gut ist. Ich stelle jetzt mal wieder zurück, auf den Standardpfad hier. Dann muss ich natürlich dafür Sorge tragen, dass Dreambox Edit weiß, wo liegen die Peacons hier lokal auf der Festplatte. Dazu habe ich mir hier in Dreambox Edit Ordner einfach einen Peacon Ordner erstellt. Dort liegen die ganzen PNGs drin und damit ist dann im Prinzip alles vorbereitet. Dann gehe ich hier noch auf die GUI-Registerkarte, schalte hier noch die Peacons für alle Kanäle in der Bookie-Liste Anzeigen ein, wähle noch die Anzeigegröße, wie groß die hier angezeigt werden sollen. Bei mir sind es jetzt in der Originalgröße 100x60, deswegen trifft sich das ganz gut. Mit der Hälfte der Anzeige 50x30 komme ich gut zurecht. Wenn ich dann Speichern sage, ist das Ganze schon vorbereitet und wenn ich jetzt die Settings das nächste Mal reloade, die lokal auf der Platte hier liegen, dann werden die Peacons auch geladen und ich kann jetzt im Prinzip hier mir das Ganze mal anschauen oder irgendwelche Sachen halt austauschen. Wenn ich zum Beispiel dieses Peacon von das Erste hier austauschen will, gehe ich einfach mal auf Kanal Peacon Zuweisen mit der rechten Maustaste, dann kriege ich hier schon meinen Ordner, wo die Peacons liegen und ich wähle hier vielleicht in die Anzeigemodi, nicht von Details gehe ich auf große Symbole, sodass das hier so recht übersichtlich wird. Da wähle ich mir das neue Peacon aus. Wenn ich das nur ein einziges zum Beispiel aus dem Internet downgeloadet habe, weil es in irgendeinem Thread stand, dann ist es natürlich easy, weil da brauche ich bloß in den Ordner gehen, wo es halt liegt, beziehungsweise ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dann auf jeden Fall nachträglich noch, dieses Peacon auch in diesen Ordner hier zu tun, weil ansonsten habt ihr beim nächsten Mal das Problem, dass es dann wieder nicht angezeigt wird. Wenn ich das Ganze dann hochladen will, also ich bin fertig mit meinen Änderungen, dann gehe ich halt auf FTP-Modus, schalte hier die Funktion Peacon hochladen, wenn Dateien zur Dreambox gesendet werden, an und sage dann hier die Settings-Dateien zur Dreambox senden. Dann sehen wir ja kurz, die komprimiert werden wie die Peacons. Das Zipfile wird hochgeladen und dann wird es auf der Box wieder entpackt. Extrariere Peacons. Und dann ist das Ganze schon fertig und wir sollten die Funktion dann vielleicht wieder ausschalten, weil ansonsten wird es jedes Mal passieren und vielleicht will ich das ja nicht unbedingt. Des Weiteren hatte ich erwähnt, dass es hier auch möglich ist, mit Dreambox Elite zu streamen. Das hatten wir ja hier in den Optionen noch festgelegt. In der GUI haben wir hier einen Haken gemacht bei VLC-Unterstützung und haben Dreambox ehrlich gesagt, wo denn der VLC liegt. Wie mache ich das Ganze? Gehe einfach mal mit der rechten Maustaste hier auf einen Kanal, sage Kanal streamen oder wähle halt sowieso den Shortcut Ctrl-S aus. Das probiere ich jetzt einfach mal. Dazu ist noch Folgendes zu sagen, wenn ihr eine Single-Tuner-Box habt, in meinem Fall ist es ja so, dann müsst ihr auf jeden Fall die Box einschalten. Die darf nicht im Standby sein, im Deep-Standby sowieso nicht, weil ansonsten kann natürlich der Zapfergang nicht auf der Box ausgeführt werden, wenn die Box nicht im eingeschalteten Zustand ist. Wenn ihr eine Multi-Tuner-Box habt, dann ist es völlig irrelevant, weil dann kann die Box auch gerne im Standby sein. Das funktioniert dann auch wunderbar. Sie darf natürlich auch nicht im Deep-Standby sein, aber das erklärt sich, denke ich, mal von selbst. Also wenn ich jetzt Ctrl-S drücke, dann wird oben das Streaming gestartet und das Bild erscheint dann relativ kurz danach. Ich kann hier auch den Ton mal ausschalten. Ja, eine interessante Funktion ist vor geraumer Zeit in das Open Embedded 2.0 hinzugefügt worden, denn ich kann hier IP-TV-Kanäle hinzufügen in meinen Bouquets. Wie mache ich das Ganze? Das ist relativ easy, indem ich einfach mal hier mir ein neues Bouquet ausstelle, was ich da IP-TV benenne. Das ist natürlich nicht Voraussetzung, das ist klar, sondern ich kann natürlich hier auch einfach in ein vorhandenes Bouquet schon IP-TV-Kanäle hinzufügen. Wo bekomme ich jetzt die entsprechenden Stream-Daten her? Ja, also hier zum Beispiel einer ist ein guter Thread im iHerbid Dreambox-Forum, wird immer wieder aktualisiert und da habe ich mir jetzt einfach mal den Code hier in die Zwischenablage geladen und das Ganze wird dann einfach über die rechte Maustaste, IP-TV oder andere Streaming-Kanäle hinzufügen, einfügen aus der Zwischenablage und dann ist das Ganze fertig. Wir kommen mal zu den Funktionen, die ihr wahrscheinlich relativ selten oder vielleicht sogar gar nicht benutzen werdet, sind aber wichtige Funktionen, die natürlich Fehlanalyse ermöglichen und euch in irgendeiner Art und Weise auch weiterhelfen können, wenn ihr ein Problem habt. Als erstes mal die Log-Datei, die jede Funktion hier in irgendeiner Art und Weise niederlegt, die ihr im Dreambox-Edit gemacht habt. Auch Fehlermeldungen werden hier analysiert beziehungsweise dargestellt und ich hatte hier einfach mal versucht, bei aktiven Standby bei einer Singletoner-Box zu zappen. Da habe ich gemerkt, dass es halt einfach nicht funktioniert. Man könnte das Log-Fall dann auf der Festplatte speichern, dann an das Wett anhängen und dann vielleicht DAWZ um Hilfe bitten. Des Weiteren kann man natürlich hier auch die Backup-Funktion benutzen. Es werden immer die letzten Settings weggespeichert und man kann sie dann wie so eine Art Time-Maschinen sozusagen wiederherstellen. Wenn ihr euch vertan habt, hier irgendwas Probleme habt, ladet die Settings hoch, es funktioniert halt nicht, dann könnte man hierüber auf jeden Fall die alte Version wiederherstellen, wenn man nicht unbedingt eine Sicherheitskopie davon gemacht hat. Normalerweise überschreibt man ja seine Settings dann einfach in dem Settings-Owner, den man halt bei den Optionen angelegt hat. Des Weiteren gibt es hier der Haufenweise Extra-Funktionen. Man kann hier Satellites XML hinzufügen von Transpondern zum Beispiel machen. Dann werden halt einfach fehlende Transponder hinzugefügt, die jetzt bei dem letzten Suchlauf halt gefunden wurden beziehungsweise dort erschienen sind. Dann kann man die Satellites XML editieren komplett, was wirklich dann eine Spezialfunktion ist. Habe ich mir noch nie angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann eine sehr wichtige Funktion. Ich kann hier aktuelle Settings-Dateien mit denen der Dreambox vergleichen. Das passiert sehr schnell und dann werden hier in meinem Fall natürlich jetzt keine Unterschiede festgestellt. Diese Unterschiede werden dann hier im Prinzip dargestellt, kriegen ein besonderes Highlighting. Also die Farben sollten sich dann selbst erklären, weil es wird ja erläutert, was das Ganze zu bedeuten hat. Des Weiteren kann ich die Jugendschutzsperren hier auch bearbeiten, entsprechend entfernen, entfernen. Oder ich kann aktuelle Settings mit denen auf dem PC vergleichen. Also genau umgedreht. Wenn ich einfach sage, ich habe hier irgendwo einen Ordner, wo ich Settings runtergeladen habe und die möchte ich jetzt mal mit meinen vergleichen. Was sind da die Unterschiede? Dann ist das hier wunderbar zu realisieren und ich kriege halt auch wieder dieses Analysefenster dann angezeigt, wo mir die Unterschiede halt angezeigt werden. Sehr interessantes Feature. Ich kann hier eine zweite Session von Dreambox Elite zum Beispiel starten. So, die läuft dann da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendeine mehrere Sachen in meinen Settings halt habe, die ich in der neuen Version noch nicht habe, dann habe ich das Problem, dass ich mir die erst hier raussuchen müsste, um sie wieder reinzuziehen. Will ich sie aber jetzt zum Beispiel einfach aus den vorhandenen Settings schon in die neuen Settings hinzufügen. Dann markiere ich mir die einfach, drücke Ctrl-C natürlich für den Shortcut Copy, ruf mir dann die neue Session auf und mache jetzt zum Beispiel hier mal ein neues Bouquet. Da schreibe ich mal rein Müll, gehe hier rein, drücke V und dann sind sie halt drin. Sehr schick eigentlich die Funktion. Ist mir noch gar nicht so bewusst geworden. Und dann habe ich jetzt gerade erst in Zusammenarbeit mit DHWZ sozusagen herausgefunden. Also sie hat mir einfach den Tipp gegeben, das wäre ja auch eine Option, was man hier zeigen könnte. Ja, das war es wieder mal für diese Folge Dream Screencast. Ich habe euch gezeigt, die aktuelle Beta von Dreambox Edit 6.0. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allen Dingen hat euch auch gefallen, dazu ein Video zu machen und das zu unterteilen in verschiedene Themen, wo man dann einfach per Timecode hinspringen kann. Ich denke mal, das sollte dem einen oder anderen besser gefallen. Die Übersetzung macht vielen Dank dafür wieder DHWZ als Subtitles in der englischen Sprache und ich hoffe natürlich auch, dass mein Video wieder in der Hilfe-Datei seinen Platz findet von Dreambox Edit, weil das hat doch meinem Kanal extrem gut getan. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen, vor allen Dingen bei Facebook ein Like vielleicht oder bei YouTube einen Daumen nach oben, weil das erhöht das Ranking natürlich in YouTube ungemein und wenn entsprechende Suchbegrifflichkeiten eingegeben werden, verlinken die vielleicht zu meinem Video, das würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und eine schöne Zeit. Tschüss! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020